Guten Morgen. Wie geht es Ihnen heute? Mir geht es gut, eine gute Nacht gehabt. Wir haben mit meinem Team gemeinsam einen sehr guten Wahlkampf gemacht, mit großartiger Unterstützung von meiner Familie. Und meine Ziele sind an sich immer klar formuliert gewesen, Stichwahl und Zweiter. Und ich glaube, das geht sich aus. Ich werde auf jeden Fall eines noch machen, dass wir über die Social Media auf jeden Fall aufrufen, wählen zu gehen. Ich glaube, das ist das wirklich Wichtige. Ein wirklicher Wermutstropfen wäre es, wenn eine Bundespräsidentenwahl in Österreich niemanden mehr zur Wahlurne locken würde. Das wäre dann wirklich eigentlich für mich in der Demokratie ein echter Minuspunkt. Dufe. Ja, es ist vollbracht. Ja, es ist vollbracht. Non-polizei- Ich bin sehr, in der Schweiz. Ich bin ganz gut. Der Söhne ist nicht gorgeous. Ich bin sehr gut.